hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video und damit auch zu einem neuen projekt meinerseits mask one ist wieder dabei eine neue stadt zu errichten die ein oder anderen wissen dass ich hatte mal ein projekt angefangen straight out of teltrasil also wo ich eine stadt wirklich pvp mäßig und so für und so weiter das halte ich mir auch noch offen die option auf jeden fall ich persönlich habe da halt immer sehr bock drauf gehabt auf so ein teltrasil projekt und entsprechend wird das denke ich auch noch irgendwann mal wieder kommen jetzt aber möchte ich gerne erst mal für die allgemeinheit was machen denn es ist so ist es sehr schwer sage ich mal da ist es ich sag mal bescheiden mit dem es hat sich irgendwie nicht so durchgesetzt sage ich mal am anfang mit den grundstücken das ist halt schon sehr klein und sehr beschaulich sage ich mal und man hat halt nicht so die krassen möglichkeiten irgendwie wirklich in den server reinzukommen und deswegen möchte ich jetzt gerne eine stadt aufbauen die das eben alles vereinfacht ich habe mir eine sehr schöne stelle ausgesucht die ist in der nähe von vom armenviertel ich kann euch das dann in einem anderen video zeigen beziehungsweise könnt ihr euch gerne dorthin begeben koordinaten sind x minus 297 und z minus 4929 das ist dann hier diese stelle hier war mal so ein kleines npc dorf die stelle fand ich eigentlich ganz schön und dementsprechend niste ich mich dort dann ein ja sinn und zweck der ganzen geschichte ist es hier sieht man auch noch hier sind auch noch items ich weiß nicht wer die gesetzt hat das kann ich gerne mal nachgucken dino chan aha okay der hat die prösen 2 ne prösen i2 ach fuck off junge ach ich mach es jetzt ich deaktive jetzt einfach auf jeden fall hier war mal wohl ein haus oder so ähnliches ich weiß es nicht auf jeden fall hier kann man sich denke ich ganz gut einnisten ich werde hier erstmal rund er um in der ersten folge sage ich mal das hier alles ein bisschen verschönern und ja dann sehen wir mal weiter was man hier raus machen kann sinn und zweck soll es halt sein auf keinen fall jetzt neuling alles in arsch zu schieben sage ich mal auf gut deutsch sondern wirklich einfach so ins roleplay rein zu kommen und so weiter hier so ein bisschen eine möglichkeit halt zu geben einfach so ein bisschen roleplay schon mal zu zu spielen so ein bisschen frei zu bauen äh ich weiß auch nicht ob jeder neuling rein kann einfach so ähm vielleicht werde ich da auch noch nen sage ich mal so ein kleines auswahlverfahren treffen dann die leute die halt schon wirklich von anfang an wirklich so roleplay visiert sind die werden da auf jeden fall platz finden ähm und ich versuche natürlich auch diese episode hier das wird jetzt nichts große sage ich mal dieses format sage ich mal ich werde da ein paar folgen machen ich habe derzeit ja urlaub wie der ein oder andere weiß und ja ich versuche das dann innerhalb von zwei wochen dass ich vielleicht jede paar tage eine folge hochlade dass ich dann da so zehn folgen raus mache oder so und ähm ja dann schauen wir mal was wir da raus so machen können ich hatte mir halt gedacht dieses hier ist ja schon relativ viel dort kann man halt so ein kleines ja soll keine stadt sein wirklich nur so ein dorf soll halt einfach so ein bisschen beschaulich gehalten werden ähm und ich denke auch für die neulinge ist es vielleicht ganz cool also die neulinge die ab sofort auf den server kommen die werden dann wahrscheinlich auch direkt ihren kleinen auftritt gleich in der stadt haben und entsprechend können die da bestimmt sich auch besser integrieren dann wenn die auch direkt teil eines youtube projekts werden ich weiß auch gar nicht hier sieht ein alles gegrieft aus aber die prism history zeigt jetzt hier gerade gar nichts an ja und ich würde sagen ich persönlich baue mal ein paar gebäude aber die kisten sind noch öffentlich die sollte ich dann noch verschließen ähm was mir schon mal hier ganz gut gefällt hier so ein kleines häuschen vielleicht kann auch grundstücke sage ich mal vorgeben ich weiß noch nicht wie ich das mache eigentlich soll es hier relativ frei von statten gehen ähm die fußwege werde ich wahrscheinlich noch verändern das kann ich schon mal machen kann ich schon mal aufreißen ich versuche wenig wölte zu nutzen und ähm werde aber halt die gehwege schon mal hier rundum auf jeden fall sanieren mit äh gravel und bruchstein habe ich mir überlegt so ich denke ich werde auch einen weg anfertigen ähm ja komm ich zeige es euch jetzt schon mal dann haben wir es hinter uns wenn man jetzt hier ist auch ein banditenlager da werde ich auch ein paar sachen später noch zu sagen und irgendwie leckt es gerade sehr ziemlich krass ich weiß jetzt nicht woran das liegt ähm meine fps droppt auch ganz stark gerade ähm wir sind hier im ehemaligen handwerkerviertel das heißt ja wir gehen noch mal so hier ist ja das armviertel wenn man dann hier rechts einbiegt quasi einfach geradeaus oder beziehungsweise ja gut durchs wasser oder hier hinten lang geradeaus durch dann hier ist auch nochmal ein tor kommt man auch durch dann hier rüber hier ist immer noch das armviertel hier ist ein kleines bauenhäuschen und dann einfach quasi geradeaus hier über die brücke die brücke sieht auch noch grottig aus die werde ich dann auch abändern dann werde ich hier noch einen weg anfertigen mit schaufel ich weiß nicht ob ich das offscreen aufnehme oder auch vielleicht ob wir das mal gleich zusammen machen und ja dann sind wir eigentlich schon hier an dieser schönen stelle ähm das problem ist ich kann halt nicht sehr schön bauen ich versuche einfach mal mein bestes um dann natürlich hier ähm die Stadt ein bisschen attraktiver auch zu gestalten ähm und entsprechend wenn jemand Lust hat von euch an der Stelle auch kann sehr gerne mir auch helfen die Stadt aufzubauen ähm je mehr Hilfe ich kriege desto besser und schneller geht es man könnte ja Windmühlen hinbauen man könnte vielleicht Bauernhäuschen hinbauen und ähm ja diese Stadt soll auf jeden Fall wirklich Full-RP sein auf jeden Fall das heißt vielleicht auch eine Mauer drum oder so ich bin da noch nicht so ganz schlüssig wie ich das jetzt genau aufbaue über den Treppen machen wir mal die Treppen hier das sieht eigentlich ganz cool aus so und ähm ja auf jeden Fall Full-RP soll die Stadt sein ich werde auch richtige Straßennamen mir überlegen dann für wirklich jede einzelne Straße soll dann oder jeder Weg soll dann wirklich eine Bezeichnung bekommen und ähm natürlich können sich dann vielleicht auch die ein oder anderen hier vom Server eine Scheibe davon abschneiden denn wir sind natürlich immer stark dafür dass das RP noch weiter belebt wird ne also wenn man wirklich halt auch wir haben es in Mölln gesehen bei einem Video hier was ich letztens aufgenommen habe Link ist dazu in der Beschreibung da spreche ich das mal kurz an dass halt auch wirklich Straßennamen gibt und ähm im Mittelalter war das halt so dass immer die Straßen danach benannt wurden was man halt darin gesehen hat das heißt wenn ihr weiß ich nicht jetzt vom Dorf kommt oder von der Stadt auch dann weiß ich nicht heißt zum Beispiel jetzt eine Stadt Wolfgraben oder so weiter und im Mittelalter ist es dann wahrscheinlich so gewesen dass man da halt irgendwie ein Wolfgraben halt hatte wie es der Name schon sagt wo man dann halt Wölfe gesehen haben hat oder so äh und ja warum sollte man das nicht hier einfach übertragen da könnte man hier weiß ich nicht es sei dann immer schwer zum Beispiel könnte man dann hier Bergweg zum Beispiel wenn man dann ja gut das ist wenn man hier jetzt zum Beispiel die Straße hat könnte man die Bergstraße nennen zum Beispiel hier ist ein Berg keine Ahnung hier ist ein kleiner Berg so hier ist ein Hügel ne also könnte man schon auf jeden Fall was machen denke ich mit ähm ja deswegen ich bin da auf jeden Fall ziemlich gespannt also ich würde mich auf jeden Fall freuen wenn es da noch mehr so RP Sachen ähm gibt die umgesetzt werden würden und ähm also jetzt ne fuck so also ja auf jeden Fall das plane ich halt mit meiner Stadt wie gesagt ein bisschen RP wirklich auch um den Leuten den Einstieg wirklich ins RP halt ähm zu bieten ähm zu bieten und äh ja wenn ihr da Bock drauf habt dann meldet euch gerne freiwillig auch zum helfen vielleicht ähm könnt ihr da auch diverse Ideen entfließen lassen also ich werde auch vielleicht ein bisschen ähm das Video äh die Videos dazu nutzen die ich jetzt hier drehen werde um auch ähm mit den Leuten zu interagieren das heißt zum Beispiel dass ich jetzt mal in den Fürstentum gehe oder ein Fürstentum anschreibe oder so dass ich halt vielleicht mal sage so ja hier ähm ich brauche ähm weiß ich nicht ich weiß nicht ich brauche jetzt hier Inspiration ich will dass dieser und dieser Fürst was für mich errichten lässt und so weiter und ja werde dann halt natürlich ähm mit ihm hier was aufbauen vielleicht hole ich den auch mal ins Video dann dazu kann man natürlich auch sehr gerne machen denn ähm wie gesagt was meine Skills sag ich mal angeht ähm vom Bauen her lässt er es wünschen übrig aber soll hier jetzt gar nicht irgendwie ein Problem sein denke ich ähm ich denke es kommt hier sehr aufs RP wirklich an ähm ja ich denke hier der Weg ich werde den jetzt hier auch nochmal erneuern wie gesagt ich erneuere hier erstmal was alles rundum erneuern es sieht hier noch sehr unordentlich aus und ja möchte halt auch jetzt kein WE benutzen ähm der ein oder andere weiß es ähm ich bin da so ein Kandidat für der dann gerne mal so eine Milliarde Blöcke oder was ne Milliarde wäre zu viel eine Million Blöcke ersetzt durch ähm Luft einfach und einfach komplett alles mal ähm dem Erdboden sag ich mal gleich macht deswegen ähm ich halte mich da ein bisschen auf Distanz was WE angeht ähm was habe ich jetzt hier gemacht vielleicht kann ah dann mache ich das doch einfach mal so dass ich hier so eine kleine Treppe nach oben baue so und dann äh so ja alter alter jetzt cool ey das sieht doch gar nicht mal schlecht aus dann könnte man doch hier vielleicht noch so machen so machen so machen ey das sieht doch eigentlich nice aus unter ich glaube das setze ich auch noch eins nach unten hier alles so ja ich hab hier ich hab schon eine grobe Vorstellung auf jeden Fall wie das sich hier entwickeln soll ich werde hier ein paar Türme einbauen hier wo ich jetzt so eine kleine Fläche mache da werde ich einen Turm hinbauen dann werde ich hier einen Turm hinbauen und äh werde dann hier den Weg wahrscheinlich hier komplett erneuern das wird alles noch zu der Stadt hier gehören ähm so 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 hier kommt eine Treppe das heißt äh boah das sieht in dem Standard Texture Pack echt nicht so nice aus ich glaube ich ändere gleich mal auf Conquest dann um in den nächsten Episoden auch denn hier das ist schon echt cancer man kann hier kaum den Bruchstein und den Gravel hier auseinander halten und ähm so der Weg kommt immer zwei breit so dann hier hab ich mir jetzt überlegt kommt dann so eine Treppe hin und jetzt wird er drei breit so ne das war fail so so sieht auch schon mal bisschen besser aus hier könnte man ah guck dann kommt hier nämlich wieder ein Haus sehen könnte ich hier doch schon mal soll ich das abreißen ja komm ich glaub ich reiß das ab komplett ich mach hier wirklich alles neu ähm und ähm ja lass dann halt ein bisschen die User schalten und walten wie sie das wollen hier ist auch die Physik ein bisschen im Arsch das muss hier alles komplett wirklich abgerissen werden hier war glaub ich mal ein NPC Dorf was ziemlich krass zergrieft wurde aber ich kann mir nicht erklären warum hier die Prism History nichts anzeigt ähm sieht eigentlich ganz schön hier aus so an sich die Häuser hätte eigentlich eine schöne natürliche Stadt oder ein kleines Dorf werden können so hier ist ein ja vielleicht kann man dann ja dann komm reiß ich auch ab hier so ähm ja hier kommt dann ja hier mach ich hier ein bisschen Dört hin oder Gras hin sieht das hier auch wieder ein bisschen realistischer aus mach ich das dann hier mach ich dann so ein Fundament hin und dann kann man ja mal sehen was man daraus dann zaubern kann so ähm der Weg ist drei breit das passt soweit dann mach ich hier noch was sieht das irgendwie finde ich schon mal ein bisschen natürlicher hier aus wenn ich das dann so mache so ein bisschen Terraforming sollte ja schon noch in Ordnung gehen ähm ja ach das war's doch eigentlich denke ich schon soweit guck mal habe ich hier sogar schon den ersten kleinen Turm gebaut den könnte ich natürlich auch noch ein bisschen erweitern aber auch so geht das doch schon eigentlich finde ich da kann man hier jetzt so Bruchsteine hinbauen und dann ist auch der erste Turm schon fertig vielleicht kann ich dann hier das Glas noch ersetzen das werde ich dann mal nachgucken irgendwann ähm ja und so einen Turm habe ich mir jetzt überlegt kommt hier auch noch hin und ja hier hinten ist ja noch massig Platz wie gesagt die User sollen hier wirklich mehr Platz haben äh für sich und ich denke ich verabscheue mich ähm wie gesagt das erste Projekt eine Stadt für Neulinge wird hier gebaut und wer Bock hat mit zu helfen in dem Video auch gerne mit dabei zu sein kann sehr gerne helfen ein bisschen was aufzubauen und ähm ja ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen und ja man sieht sich mz1mz9sgg die die g Untertitelung. BR 2018